Wenn du kein Iphone hast, und denke ich als Marketingchef, bist du entweder in einer Seite oder hast du einfach eine Lahnung von Style? Hey, wenn du kein Iphone hast, dann kannst du die ganze Zeit mit unten spielen und du kannst auch keine Apps herunterladen. Das dauert wie der Web-Bild übrigens nur knapp 2 Sekunden. Wenn du kein Iphone hast, dann kannst du auch kein Flugticket kaufen. Wenn du kein Iphone hast, dann kannst du auch nicht irgendwo Kaffee trinken. Hey, no fucking way! Und, wo ist jetzt mein Kaffee? Gut, wenn du kein Iphone hast, dann hast du vielleicht ein Blueberry, ein HTC, ein Siemens Galaxy, irgendein Handy, ein Fax, ein Telefon oder eine Banane. Aber hey, du hast kein Iphone, du arme Siech!